So, hey Leute, zur ersten Folge Ace of Spades, einem neuen Projekt. So, also Land ist ja jetzt beendet, das heißt wir spielen jetzt dieses nette Spiel. Und zwar ist es ein Kreativ-Shooter. Ihr seht schon, es sieht sehr ähnlich aus wie Minecraft. Und es ist auch wirklich ähnlich, denn ihr könnt... Es ist nicht nur ein normaler Shooter, wo ihr einfach nur eure Gegner abschießt. Ihr könnt auch bauen und abbauen. Zack, haben wir mal was abgebaut. Und ich finde das Spiel wirklich ziemlich witzig. Und ich muss auch sagen, am ersten Tag, als ich es gespielt habe, ich muss es sofort... Boah, ich habe das ewig gespielt mit einem Kumpel zusammen. Da haben wir richtig lang gespielt und es hat so einen Spaß gebracht. Und da dachte ich mir, Moment mal, das Spiel bringt so viel Spaß wie so Let's Play, das ist nicht einfach. So, und deswegen wollte ich das als neues Projekt jetzt anfangen. Und es ist auch nicht so wie andere Shooter, also dass es einfach nur ums Töten geht, sondern das bringt auch richtig Spaß. Also, das ist... Man kann auch bauen und abbauen und ist quasi wie Minecraft, nur halt als Shooter. So. Wir haben jetzt übrigens hier so einen Bergarbeiter, so ein Bob der Baumeister mäßig. Dann müssen wir versuchen, wir sind jetzt gerade Team Blau. Und dann müssen wir jetzt Team... Äh Quatsch, wir sind Team Grün. Ne, wir sind Team Blau, oder? Ja, wir sind Team Blau und jetzt müssen wir Team Grün ausschalten. So, ich habe eigentlich Team Grün gewählt, aber... So, das ist die Blaue Base. Aber naja, das ist halt... Wenn zu viele bei Grün reingehen wollen, kommt man halt zwangsweise zu Blau. Und da hinten ist ein Grüner. Nein. Oh, da haben wir gesehen, das hat jetzt nicht geklappt. Ich dachte einfach mal, ich mache jetzt einfach mal so einen schönen Headshot, aber... Hat doch nicht geklappt. So, naja, Neustart. So, wahrscheinlich wieder der typische Vorzeigeneffekt, aber ich sehe hier auch niemanden aus meinem Team, muss ich ehrlich gestehen. Eigentlich sieht man hier immer tausende Leute rumlaufen, aber irgendwie jetzt, ich sehe hier wirklich gar keinen. So, ach ja, oben rechts haben wir noch eine Minimap, da werden dann ein paar Spiele angezeigt. Gleich werden wir, glaube ich, jemanden begegnen nach der Minimap. Und... Irgendwo muss er hier sein. Ich habe hier auch so einen Spitzhacken hacken. Ich glaube, der macht hier gerade Sachen kaputt. Ja, es gibt auch Leute, die machen hier nur Sachen kaputt. Muss ich ehrlich gestehen, habe ich am Anfang auch gemacht. Vielleicht zum Beispiel die ganzen Brücken zerschmettert oder die Türme hier, weil es einfach total witzig ist, wenn man hier einfach so zack... Hä? Eigentlich müsste der jetzt fallen, naja, Baum fällt so mäßig. Naja, ähm, der war wohl noch mit irgendwas anderem verbunden. Aber man kann hier ganz einfach so, Baum fällt und dann fällt er. Zack. So, aber das ist ja nicht der Hauptaspekt des Spiels, weil das auch immer ziemlich witzig ist, wenn man irgendwas kaputt macht. Man kann auch Sachen bauen. Dann haben wir hier so eine Klötze. Aber, naja, das können wir später mal machen. So, den Zwerg, den mag ich gerne, weil der tolle Waffen hat. Und zwar einmal das hier. Das ist so ein Gräber. Da kriegt man sich durch so eine ganze Erde und der hat halt die Schaufel. Oh, da haben wir einen Kill gemacht. Unseren ersten Kill. Und, ja, den brauchen wir da nicht mehr zu killen. So, haben wir also schon einen Kill. Ist schon mal ganz gut. Und wir sind nicht allein. Hier ist noch eine Kumpel von uns irgendwo. Hier müsste der sein irgendwie. Auch immer der jetzt sein mag. Auf jeden Fall holen wir uns mal neue Waffen. Die finden wir hier. So, aufgeladen. Ja, es fallen immer ab und zu so vom Himmel so eine Pakete. Und da sind dann entweder Waffen drin oder ein Healpack oder halt Klötze, Bauklötze. Womit wir dann mehr bauen können. Das war jetzt dumm. Okay, da war ein Gegner. Wir sind gesprungen, weil wir Angst hatten. Und dann, ja, ich habe das jetzt nicht einkalkuliert, dass, wenn man runterfällt, dass man dann ja auch noch Fallschaden bekommt. Aber, naja, soll ja realistisch bleiben. Und hier ist schon der erste, was gebaut. Das ist ein kleiner Bunker. Können wir noch mal ein bisschen verfeinern hier. Zack. Naja, also wir können auch bauen. Wir wollen. Wir können auch hier die ganze Brücke zerschmettern, wobei ich den Sinn dann nicht verstehe. Und da hat schon jemand den Drachen zerschmettert. Am Anfang war hier ja so ein blauer Drache. Haben sie eiskalt abgerissen. So. Ah, neue Blöcke. So, wir haben jetzt schon tausend von tausend Blöcken. Das heißt, wir brauchen keine mehr. Blöcke erhaltet ihr übrigens auch, wenn ihr Sachen abbaut. Besonders, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Dragon oder die Brücke abbaut, bekommt ihr besonders viele Blöcke. So. Na ja, da stürzt auch eine ganze Menge runter. Also von daher ist es ja logisch. So, da haben sie sogar eine Brücke gebaut. Das finde ich mal hilfreich. So. Und die Brücke könnten wir theoretisch zerschmettern. Oh. Die müssen wir töten. Den müssen wir einfach töten. Ihr habt den gesehen, der hat so einen Block in der Hand. Das war ein Bauarbeiter, so wie ich. Und gegnerische Bauarbeiter. Ne. Die müssen jetzt irgendwie... ...auf die Schliche kommen. Irgendwo hier wird er sein. Wir kriegen dich. Ah. Ah ne. Er ist hier hochgegangen. Okay. Ja. Man muss sich erst mal ein bisschen auskennen. Ist der Bauarbeiter hier noch irgendwo? Ne. Ob ich jetzt eine grüne Basis. Kaputt machen. Tatsächlich, da war jemand. Ah, ist tot. Gut. Also wir gewinnen. Es steht gerade 15 zu 7. Ich bin mal jetzt... Ah. Ich bin gar nicht in der... ...unter den Top 5, was ich eigentlich... ...immer war. Alles von den Punkten her. Ah, okay. Ich habe das jetzt auch seit... ...der geraumen Zeit nicht mehr gespielt. Na, haben wir die nicht gekillt. Schade. Ah, nein. Man muss sich erst mal wieder einspielen. So. Neustart. So. Dann können wir noch mal losgehen. Mal schauen, ob wir sie diesmal... ...zerstören werden. Zack. Hopp. So. Auf nach oben. So, Klötze. Ach, brauchen wir nicht. 250 reichen für... Nein, reichen sie nicht. Okay, wir sammeln noch mal ein paar Klötze. Vielleicht wollen wir ja auch mal ausnahmsweise was bauen. Was ich zwar bezweifle, aber kann ja immer wieder vorkommen. So, da wurden wieder ein paar Leute gekillt. Die grünen holen auch so langsam auf, aber... Ach, die werden das eh nicht schaffen. Grün. Gleich ernsthaft. Okay, er baut jetzt einfach den Baum ab. Das finde ich jetzt auch sehr produktiv. Okay, ich mache es auch gerne, aber... Ähm, naja. So. Auf jeden Fall, ich habe es schon mal erlebt. Da haben alle auch so ein Team abgebaut. Einfach nur so scheiße gemacht, so. Irgendwelche Sachen abgebaut. Und dann haben wir dann zwangsäugig auch verloren. Aber es war witzig. So. Wir graben uns hier schon irgendwie so einen Weg durch. Ist nicht so witzig am Bauarbeit. Man kann einfach alles wegkramen. Das kann man natürlich mit den anderen Leuten auch. Aber mit den Bauarbeitern geht das besonders gut. So, haben wir unsere Shotgun. Den hätten wir von hier. Man kann niemals mit einer Shotgun snipern. Also, glaube ich jedenfalls nicht. Oh, schade. Oh, die Raketenmänner, die sind die größten Gegner der Bauarbeiter. Weil die sind einfach... Die haben eine Minigun. Beziehungsweise damit können sie sehr schnell schießen. Die haben so eine Schnellschusswaffe und sie haben Raketenpack. Das heißt, sie können fliegen. Deswegen, die sind dann besonders gefährlich. Und sehr viele Leute nehmen die auch. Wenn man mal so guckt. Die Leute nehmen überwiegend die Raketenmänner. Sind auch wirklich gut. Also nur zu empfehlen. Allerdings nehme ich doch lieber den Bauarbeiter. Weil ich den eigentlich persönlich cooler finde. So. Oh, da haben wir ihn noch gekillt. Ich war zuerst im Überlegen, ja, schaffen wir das. Aber wir haben es wirklich geschafft. So, und das ist auch wieder einer. Da in der Burg, den werden wir auch noch killen. Haben wir den Sprung geschafft. So, und dann werden wir jetzt mal in die Burg einmarschieren. Und den Mann, den wir da gerade gesehen haben, der wird ein blaues Wunder erleben. So. Im wahrsten Sinne des Wortes, ein blaues Wunder. Also, Grüni, wo bist du? Ah, anscheinend ist er schon abgehauen. Guck, das meint ihr, sie können fliegen. Und wir haben ihn gekillt. Haben wir einen Raketenmann gekillt? So als Rache, das uns vorhin gekillt hat. Oh, Doppelkill. Ich hab ihn gekillt und er mich. Was für ein... Was für ein Spaß. So, das passiert auch öfters. Ist mir auch mal aufgefallen. Also, dass man die Leute killt und sie killt ein. Das finde ich auch immer witzig. Da macht man quasi so einen Kill-Austausch. Die kriegen Punkt und wir kriegen Punkt. Also, nicht schlecht. Mal gucken. Und sind wir schon in der besten Liste? Ja, wir sind der Dritte auf dem Platz. Langsam holen wir also auf. So. Ziel ist es immer, dahin zu gehen, wo viele Grüne sind, damit wir auch die Chance haben, viele Grüne zu töten. Und was haben wir hier? Griefer. So, dann haben wir ihn gekillt. Der hat ja eiskalt hier unser schönes Meisterwerk kaputt gemacht. Nein. Okay. Überlasse das Bauen lieber anderen. Das haben wir daraus gelernt. Ich werde nie wieder irgendwas bauen. Nie wieder. So. Es geht los. Mit Josep werden wir jetzt aufwärts gehen. Zu den Grünen. Und werden sie vernichten. So haben wir sogar schon einen Grün. So wurde ich jetzt getötet. Ich glaube, der wurde jetzt getötet. Ich bin mir aber nicht sicher. Doch, der wurde getötet. Gut. Da haben ihn wohl doch andere getötet. Schade. Naja. So. Mal gucken. Ist hier wieder irgend so ein Penner? Nee. Was haben wir gelernt? Überlasse das Bauen anderen. Okay. Nein. Jetzt sind wir doch eiskalt ins Wasser. gesprungen. Ist aber nicht schlimm. Wir können uns einfach hier. Nach oben graben. Oh. Das hat sogar schon Leute gemacht. Das finde ich mal nett. Wenn wir jetzt so einfach da reingehen. So. Dankeschön. So. Gehen wir einfach hier rein. ganz einfach. In die grüne Basis. So. So. Und Ace of Spades ist auch relativ neuer. Ich glaube, das ist vor ein, zwei Monaten rausgekommen. Also ich kenne es persönlich erst seit ein paar Wochen. Ist aber ziemlich cool. Gekauft habe ich mir das jetzt vor. Ich weiß gar nicht. Vor ein paar Tagen. Oder vor einer Woche. Ich weiß nicht. Und. Aber das Spiel ist total cool. Kannst du sogar ducken. Gucken. Ah, dann haben wir jemanden. Nein. Gehen. Okay. Noch eine Mission. Du gelegt dich niemals. Na okay. Ähm. Jetzt werden wir aber mal zu den harten Waffen heranschreiten. Natürlich klar, dass wir am Anfang noch ein Bob. Startschwierigkeiten haben. Aber es lassen wir uns nicht gefallen. Wir werden den jetzt zeigen. Wo der Haken hängt. So. Dann haben wir wieder doch. Ist er wieder ein grüner? Schon wieder? Ne. Ich glaube nicht. Aber. Irgendwo werden hier wieder gleich grüner erscheinen. Oh. Hier ist ein blauer gestorben. Das heißt. Irgendwo muss ein grüner sein. Ist ja die Frage. Wo? Wo? Oh, da haben wir ihn gekillt. Diesen eisernen Messerer. Der hat es nicht anders verdient. So. Wir gucken mal. Wir sind jetzt Zweiter. Nein. Oh. Da waren sie zu zweit. Und ich konnte es einfach nicht schaffen. Schade. Ah, die haben eine Minigun. Na ja. Noch eine Minute. Aber wir haben eh gewonnen. Die können das eigentlich gar nicht mal aufholen. Fühlt sich zu 34. Na, theoretisch können sie das auch holen. Aber. Die Chance ist jetzt schon sehr gering. Oder jetzt. Jetzt läuft er weg. So eine Leute. Na ja. Hat ihn auch nichts genutzt. Jetzt haben wir 41 Kills. Beziehungsweise 41 Punkte. Das können die nicht mehr gewinnen. Ja. Ich glaube der wollte mir Böses. Hallo. Hahaha. Oh. Jetzt hat er mich getroffen. Okay. Ich sollte ihn glaube ich nicht herausfordern. Der ist doch härter als ich dachte. Hi. So. Hilfpack. Und dann kann es losgehen. Den machen wir jetzt kalt. Nein. Ich wollte ihn gerade töten. Aber naja. So. Wir haben gewonnen. Im Team Deathmatch. Blau 41 zu 36. Das ist eigentlich mein Sieg. Und das war auch die erste Folge von Ace of Space. Ihr könnt mir jetzt sagen. Wie fandet ihr es? Fandet ihr es gut? Und werdet ihr es weiterverfolgen? Also ich finde das Game auf jeden Fall ziemlich cool. Und das war es dann auch erstmal von mir. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Und das war es dann auch nochmal.